Warum geben Sie Lukas Mandl Ihre Vorzugsstimme? Weil Lukas Mandl für mich der ideale Vertreter Österreichs und Niederösterreichs im Europäischen Parlament ist. Fest verwurzelt in der Region, ein europäisches Format, gut vernetzt in Europa und das Herz am rechten Fleck. Warum soll Lukas Mandl wieder Rot-Weiß-Rot im Europaparlament vertreten? Wenn es wichtig ist in diesem vereinten Europa, dass wir eine starke Rot-Weiß-Rot und in dem Fall eine starke Blau-Gelb-Stimme im Europaparlament haben. Wir brauchen einen starken Vertreter, der weiß, wie die Menschen hier denken, was die Regionen brauchen und Österreich letztendlich in Europa stark macht. Was schätzen Sie an Lukas Mandl? Ich schätze an Lukas Mandl seine menschliche Art, seinen besonders engagierten Einsatz. Die Art, wer auf Menschen zugeht und die Konsequenz, mit der Dinge umsetzt. Bei der Europawahl am 26. Mai ÖVP ankreuzen, Mandl hinschreiben.